Unterschiedliche Fahrzeuge, verschiedene Bremsen. Zur Befettung der Bremsen nehmen Sie zuerst die Räder der entsprechenden Achse ab. Demontieren Sie die Bremssättel und Beläge. Dann reinigen Sie die Anlage. Bestimmen Sie die Dimension. An diesem Fahrzeug der Baureihe 253 sind auf der Hinterachse Bremsscheiben der Dimension 320 x 24 montiert. Zum Fetten benutzen Sie Klüberpaste. Tragen Sie diese mit einem Pinsel auf die gezeigten Stellen am Belagträger auf. Die Finger am Kolbengehäuse und die Gehäusekante müssen ebenfalls geschmiert werden. Wechseln Sie die Beläge gegebenenfalls. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Kreativität